Strecke kann tatsächlich weg ist das denn für eine lobby man sieht auch nur alles im 22 der eine war sogar der eine war sogar gestern hat gestern mit uns gespielt da der heißt awp solution oder so er ist in der lobby ist noch freundin waren zu zweit gestern sie haben sie ihre anderen freund auch noch dazu geholt habe so das gefühl ein schwarzer bugatti steht vor mir da kann es von ausgehen denn die anderen fahren alle im mercedes 22 ja das ist auch mein ziel jetzt aber nur an alle vorbei und dann hause das dinge ich mache mit dir einfach nicht gegenseitig behindern was waren das überhaupt für modus okay ist einfach nur irgendwie versuchen euch benachteil ab 6 was sahen das aus ja auch gedacht ich hab nur ein auto von mir nicht gesehen ja ich hab auch nur dich gesehen und dann war schon das ziel den kurzen überholen erst mal meine KI hat erst mal auf dem mercedes aufgeholt um ja gott hier ist schon die kurve das war sie erst rund ist rippt ja ich weiß aber ich weiß nicht ob ich die anderen auch heile verstehen werde ohne ich bin jetzt schon auf dem zweiten achtern weggehauen fünfter wandelanziehung oh und jetzt stecke ich jetzt will ich hier boah das ist eine schärfere kurve als gedacht johu hast du gesehen wie der neben abgehoben ist nein wie soll ich das sehen weil du hinter mir warst hä wo wir auf welchem platz bist du denn bei jedem auf dem dritten mal oh geil wie ich die zweite im Königseck einfach so easy überholen kann das ist sehr gut der ist unsichtbar geworden jetzt freie strecke jetzt kann ich fahren doch hinter mir müsste engel jetzt kommen auch schon das ist so geil hey magische bandenanziehung wo bin ich da denn hängen geblieben oh da ist der pangani der erst mal eine banner umsteht boah die kurve ist schärfer als gedacht hast du eben schon gesagt ebenfalls war wahrscheinlich genau dieselbe kurve ja war es auch neue bestzeit reingebrannt oh wie knapp und wieder wurde ich angezogen letztes mal zurücksetzen ne einen habe ich noch ich habe noch vier ich fahre hier so komplett alleine es ist so geil freie fahrt ich glaube die meisten werden ach man ja gut das war das letzte mal zurücksetzen die meisten werden nicht die vierte Runde fahren glaube ich ich werde richtig früh im ziel sein trau mich nicht mit dem königseck voll in die kurven zu gehen weil ich Angst habe das Heck bricht aus ja darfst du ja auch nicht oh die kurve ist schärfer als gedacht ähm noch eine zeitverbesserung jawoll nochmal zwei sekunden schneller ach letzte Runde jetzt nochmal Rehe ein reinhauen okay die Bande habe ich bisher NEIN ach man diese magische Kackanziehung war es schon in der Runde vier ja natürlich oh direkt in der ersten Kurve wieder hängen geblieben ach hau ab hier mit deinem scheiß und erzähl es ach ach verworben die Runden sind doch eh schon Chancen los ey ich ja maaan bist du gemein ach das passt auch für mich Oh, der Pagani kommt dann mitgezogen. Oh, Mann. Sobald ich die Bande berühre, kann ich auch knicken. Also, Bande schleifen oder so, ich werde direkt einkassiert. Das ist der Hammer. Noll. Aber jeder ist ja zu schön. Oh, ne. Oh, das ist... Ich bin lange nicht auf Platz 1 gewesen, muss ich ja sagen. Das ist ja auch nur. Ja, geht also nur. Oh ja, die Lobby ohne Spaß. Hier will ich bleiben. Das ist echt so richtig geil, das ist. Ey, ich habe zwei Sekunden langsamer. Ja, da habe ich mich nicht freuen. Ey, Königsteck, ich hätte nur 50er Zeit hier hingehauen. Ja, zur Freie Warnetze. Schneller fangen wir schon. Eine Minute neu. Alter. Vor allem der Pfanne-Trick ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Warum kaufen sich so viele noch das Spiel neu? Warum ist das alles Polen? Und warum sind die alle um diese Zeit in derselben Lobby? Weil das einfach geiles Matchmaking ist. Am besten kann jetzt durchgehend S4 kommen. Oder S3 geht auch noch, weil... S2 auch? Naja, das ist Performance Golf. Stimmt. Das ist jetzt schön, S3-Ausdauer oder so hat. Oder normales Rennen. Oh, ich glaube aber S1 wird tödlich enden. Das wird Ram-Kiddy hoch 10. What the fuck ist das? Das ist der Lobby. Oh, die Level 18er ist reingejoint, okay. Ich meine, er hat ja auch schon geliebt von den Loops. Ja, leider. Leider. Vielleicht nur neun Loops, ey. Wir werden aber jeden Level 99. Ne, du werfst jetzt doof. Ah, du... Da haben alle den Camaro oder so. Ne, Camaro ist nicht S2. Ja, ist mir egal. Ich will S3-Ausdauer oder so was. Oh. S-Mariner scheiße zum Driften. Meow. Dein Kontroll... Oh, Kohler-Syr ist noch bei Nasser zum Driften. Dein Kontroll hat die Flugeinlage nicht ganz abgekommt. Aber hast du ihn weggeworfen? Eben, gerade. In der letzten Runde. Achso. Da ist so ne scharfe Kante, da ist irgendwas ein bisschen... ...verrutscht. Das stimmt doch nicht. Ja, oh, ja. Was denn? Was wird denen denn los? Hä? Die fahren alle Performance-Golf oder den normalen Golf? Aber die haben auch nichts anderes, glaube ich, ne? Die haben nur den. Oh, Gott, der ist los. Hoffentlich ziehen sie dich jetzt alle. Oh, Mann. Täusch, oder? Du bist mit der Z-Sammer wieder? Jawohl, Kontroller wieder geflickt. Ein bisschen mit dem Taschenmesser wieder zurückgebogen, jetzt passt er. Oh, Mann. Äh. Verstehst du denn? Äh. Vorletz... Drittletzter. Achso. Oh, hoffentlich zerstören die mir nicht mal eine Runde. Oh, ja. Ich komme voll mit dem Gold, ey. Wenn einer nur 100 Tonnen ist, ey, das ist doch schon unwahrscheinlich. Ich weiß noch gar nicht, wo die Handbremse ist. Oh, da ist erst der Poller gewesen. Wow. Monster Drift, oder? Ja, 30.000 mal 5, ne? 150.000. Ja, 165.000 oder so war das eben. Oh, nein, da war ich zu schnell. Scheiße. Oh, da war ich auch scheiße. Lol, oh man, das steht, da kennt mich Drifts nicht an. Natürlich, der eine, der Mercedes fährt, hat ein paar Tausender mehr als ich. Wie viel hast du? 369. Okay. Nein, oh mein Gott, ich fährt so schlecht sein. Oh, nein, oh. Weiß, Kalle, gerade so vor einem Performance-Golf, gerade so. Ich weiß. Und da waren noch zwei. Eine. Oh, nee, ich habe Angst. Alles safe. Ich habe ein gelbes Ausrufzeichen. What? Yo, ich habe eine Ramke. Hä? Ja, wobei, im S4, da habe ich ein bisschen Ramke. Das stimmt. Da hat ich Bock. Alter, 36.000. Oh, nice. Oh, nö. Ach, Level 82, das ist der... Oh, der Hunter, das ist der Cheetah. Oh, nö. Komm, lass mich abstimmen. Oh, direkt ein Wohl bekommen. Oh, die ganzen Noobs lieben alle. Mann, Hunter, verpiss dich, du wichst Cheetah, ey. Äh, S3, oh, nee. Vielleicht wieder, ich habe nichts an meinen Wagen. Ja, aber nicht auf der Strecke. Ja, sicherlich nicht. Vielleicht auch doch auf dieser Strecke. Jo. Vielleicht ist der Stehender Staat oder so und du stehst hinter mir oder so, dann sehe ich die Karre mal. Da ist Checkpoint-Weg, ja. Ja, deswegen stehen der Staat, also so der Reihe nach. Da gibt es keinen. Achso, ah, ja. Ja, gibt es. So wie beim Twift. Ja, ja. Doch, jetzt weiß ich was du meinst. Nee, aber Stadtschrecken ist das eigentlich nicht so. Das ist nur auf diesem Weg. Achso, ja, wir haben Stadtschrecken, ja gut. Wo bist du? Erster. Oh, ich bin wie er in. Oh, bist du eigentlich immer vorne bei Checkpoint? Weiß ich nicht. Bist du eigentlich immer letzter? Boah, ey. Weiß nicht, womit das zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine bestimmte Begründung hat. Ja, also bei Rennungs-Weg, ist ja klar, wie es eingeteilt ist. Oh. Oh, Vorletzer. Mal gucken, wann der Hunter mich einholt. Oh, der ist ein von mir, der Sechser. Oh, der eine war ein Kreis, eine Bande hinter mir. Also, bevor es losging. Oh, nice. Alter, oh, ey. Man merkt, dass ich einen Panzer steuere. Boah, Zaun. Bisher konnte ich die Panzerqualität noch nicht austesten, weil bisher nur Checkpoint kam. Oder Zeitraum mit diesem Wagen. S3 haben wir jetzt, glaube ich, das dritte Mal erst heute. Ja, ja, haben wir auch. Oh, hier ist schon der erste Honda Civic. Und der Shiro ist seit zwei Sekunden. Oh, nicht wahr. Aber Renn kann er schon. Das hat er schon gecheckt. Aber er kann es auch. Fährt er so wie Nils, sagst du? Oh. Hat er noch allerer Breitseite kassiert. Das ist natürlich ärgerlich. Weil weißt du was? Der Aston Martin kann das. Und der verträgt auch eine Breitseite, um wegzufliegen. Oh, oh. Oh, nö. Hunter ist vierter mittlerweile. Nein, dritter. Nein, zweiter. Nein, zweiter. Und der Punkt nähert sich. Ich habe bald meine erste Überrundung. Nein. Nein. Gerade am fünften dran gewesen. Alter. Ah, Leute. Der ist schon raus, der Noob hier. Oh, ich auch gleich. Oh. Und der Hunter ist gleich hinter mir. No. 3, 2, 1. Oh, und so. Oh, ich auch. Oh, ich auch. Oh, ich auch. Oh, ich auch. Oh, den will ich noch. Jawoll. Und raus. Und Hunter zieht vorbei. Ah, so, 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 so. So, unglaublich traurig. Schauen wir dir mal zugucken. Boah, wie lange fährt er eigentlich noch? Ist die Kurve immer ganz komisch angefahren. Immer in ganz komischen Winkel. Und immer sah das gleich aus. Mysteriös auffällig. Ja, wir gehen halt alle so langsam pennen. Mal. Das ist es irgendwie auch. So, wie lange fährt er eigentlich.